Eine Freundin finden ist verdammt schwer, bis du gelernt hast, wie man richtig Gefühle zeigt. Und du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, Gefühle zeigen, das mache ich nicht vor Frauen, das mache ich nur, wenn, dann bei Männern. Oder du wirst sagen, Gefühle zeigen mache ich doch schon, Andi, aber irgendwie klappt das trotzdem nicht. Und aus diesem Grund werden wir dir in der nächsten Minute einen konkreten Satz geben, den du einer Frau sagen kannst, der die Wirkung hat, dass sie weiß, dieser Mann ist anziehend. Und diese anziehende Wirkung wirst du mit diesem Satz nicht nur auslösen, sondern du wirst damit den ersten Schritt setzen beim Gefühle zeigen auf die richtige Art und Weise. Herzlich Willkommen beim Vornehen finden Podcast, dein Podcast, um die Frauen zu erobern und zu überhalten, die du wirklich willst. Gleich gibt es diesen konkreten Tipp, aber vorher noch, das ist mein Kollege Dominik van Aver, unser Experte für Selbstbewusstsein. Und er ist natürlich ebenfalls hier, um dir weiterzuhelfen. Yes, alles gesagt, lass uns direkt starten. Wenn du einer Frau Gefühle zeigen willst, dann solltest du das nicht machen, indem du die ganze Zeit abwartest, 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 bis sie irgendwas tut und sie tut nichts. Und dann irgendwann bist du so frustriert, dass du in der Freundschaftsschublade gelandet bist und dann gestehst du ihr ihre Liebe, willst irgendein klärendes Gespräch haben und glaubst, dass jetzt endlich diese Verletzlichkeit zu zeigen, das Ganze in eine gute Richtung bringt. Das tut es nicht. Aber folgendermaßen kannst du das Ganze in eine gute Richtung lenken, nämlich schon ganz früh, indem du ihr nicht nur zeigst, wenn es dir irgendetwas schief geht, sondern indem du ihr zeigst, wenn auch etwas gut geht. Indem du ihr zeigst, dass du sie magst. Und wie du einer Frau zeigst, dass du sie magst, ist ganz einfach, denn du brauchst nicht diesen riesen Schritt zu wagen, einer Frau zu sagen, ich mag dich. Klar zeigt das, dass du mutig bist und Kudos für dich, wenn du das kannst, aber es ist vollkommen okay, wenn wir das Ganze in Baby Steps erstmal annähern. Und der erste Schritt ist, dass du einer Frau nicht sagst, ich mag dich, sondern indem du ihr sagst, ich mag das. Indem du ihr sagst, dass du etwas magst, was sie kann oder sie hat und was dir grundsätzlich an allen Frauen gefällt. Ich gebe dir ein Beispiel, eine Frau hat wunderschöne Sommersprossen und du sagst dir, du hast ja süße Sommersprossen, ich mag das. Du hast nicht gesagt, ich mag deine Sommersprossen, ich finde dich wunderschön, was natürlich viel mehr Herzrasen bei uns selber auslöst, sondern du hast gesagt, du hast süße Sommersprossen, ich mag das. Das mag ich also auch. Das impliziert, ich mag es auch bei anderen Frauen. Und wenn du etwas an anderen Frauen magst und auch an ihr, dann signalisiert ihr das zwei Sachen gleichzeitig. Es signalisiert ihr, dass du Interesse an ihr hast, aber es signalisiert ihr auch, dass du Auswahl hast. Dass du nicht alle deine Eier in einen Korb legst und dass du ihr schon deine Liebe gestehst, sondern du hast auch Augen im Kopf und du siehst auch andere schöne Frauen. Und das ist ein sehr gutes Signal für die Frau, weil sie weiß damit, okay, er wird jetzt nicht ultra viel Druck auf mich ausüben. Er zeigt Interesse aber in einem gesunden Maß, gerade für diesen Stadium des Kennenlernens. Es ist das perfekte Maß. Es ist Interesse plus Unabhängigkeit. Wow, du gibst dir echt Mühe, wenn du diese Fragen immer so detailliert beantwortest. Ich mag das. Verstehst du, du gibst ein Kompliment, aber das Kompliment hättest du auch jemand anderen geben können, bei dem das Kompliment zutrifft. Und das zeigt, dass du nicht die Katze im Sack kaufst. Du gibst nicht allen Frauen ein Kompliment, wie dieses bescheuerte Kompliment. Wow, du bist echt wunderschön. Weil das könnte auch ein Spruch sein. Aber wenn es detailliert ist für etwas, was wirklich bei ihr zu sehen ist oder wahrzunehmen ist, dann ist es aufmerksam, es ist wertschätzend und durch den Zusatz, ich mag das, ist es unabhängig. Du bist damit halt auch der, wie du gerade schon gesagt hast, derjenige, der auswählt, aber damit zusätzlich halt noch, sie hat etwas, womit sie dich nochmal weiter selber verführen kann. Also das heißt, wenn jetzt irgendwie, wenn sie zum Beispiel die Art und Weise ist, wie sie deine Fragen beantwortet, dann, und du gibst ihr das Kompliment, ich mag das, wie du mir das erklärst oder wie sehr du in die Tiefe gehst bei dem Beantworten von Fragen, dann achte mal darauf, wie oft sie dann auch in der Zukunft das mehr machen wird. Weil das ist auch etwas, wie wir auch gerne Menschen dazu motivieren, zum Beispiel Dinge zu tun, die gut für sie sind. Oder die, also jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du deine Partnerin, wenn du das Gefühl hast, dass deine Partnerin mehr Sport machen sollte, zum Beispiel, dann könntest du ihr sagen, ich finde es super sexy, wie heiß du in deinem Sportoutfit aussiehst, statt zu sagen, ey, mach mal Sport. So, das ist halt, die zweite Variante ist halt eher so herablassend. Die andere ist, das zu sehen und das zu verstärken, was du liebst, was du sehen möchtest. Genau, und wenn du noch nicht mit ihr zusammen bist, dann ist genau dieses Kompliment auch wunderbar für eine Frau, mit der du gerade erst am Anbandeln bist, indem du ihr dann eben sagst, boah, ich mag's, wenn Frauen sportlich sind. Ich hab ihr das Kompliment gegeben, weil sie gerade aus dem Yoga kommt und sie hat dieses tolle Outfit an oder sie ist total verschwitzt und sie so, kommt gerade vom Joggen und du findest es toll, dass sie sportlich ist, aber du sagst nicht, wow, du bist so sportlich, ich mag dich voll, sondern ich mag's, wenn Frauen so sportlich sind, da hast du wieder das generalisierte Kompliment, was aber spezifisch auf sie und ihre spezifische Situation passt. Wertschätzung und Unabhängigkeit. Und zusätzlich, wenn du dich erstmal nur damit beschäftigst, dass du etwas an ihr magst, anstatt halt sie direkt als Person, das machen wir auch im alltäglichen Leben. Wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Song hörst von einem Künstler, also du hast halt nur diesen einen Song gehört, dann sagst du nicht, boah, das ist der geilste Künstler der Welt, ich will ihn direkt heiraten und auf alle seine Konzerte gehen, sondern du sagst erstmal, oh, der Song ist gut. Und das ist tatsächlich oftmals so, dass wir irgendwie so drei bis vier Kontakte dann entsprechend zum Beispiel mit einem neuen Künstler haben müssen, bevor wir dann sagen, dieser Künstler ist gut oder dieser Musiker ist gut und so weiter. Oder die Band ist gut. Aber vorher sagen wir so, okay, dieser Song ist gut und dann bringt dieser Künstler noch einen zweiten Song raus. Okay, der zweite Song ist auch gut, jetzt bin ich gespannt. Wenn der dritte Song auch noch gut ist, dann ist es halt so, dann ist ein Muster geschaffen. Dann ist halt nicht nur so der eine Fall, sondern dann ist das zweite auch vielleicht auch dieser zweite Song zufällig. Also der erste Song ist gut, das ist der eine Fall. Im Englischen klingt das viel besser, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Im Englischen, also dann ist der erste Song gut, das ist der eine Fall. Dann ist der zweite Song gut, das ist der Zufall. Zufällig ist der zweite Song auch gut. Und dann im dritten Fall wird es halt dann ein Muster, wenn der dritte Song auch noch gut ist. Und im Englischen sagt man, so das erste Ding ist halt so, wenn der erste Song gut ist, ein Incident. Im zweiten ist es ein Co-Incident, also ein Zufall. Und beim dritten Mal wird es ein Pattern, also ein Muster. Das heißt, wir sehen dann an diesen drei Punkten, wir können dann triangulaten, um noch weitere Anglizismen hier reinzuschmeißen, wie, in welche Richtung halt entsprechend dieser Musiker geht. Jetzt habe ich ganz viel da über Musiker gesprochen und Songs, aber genau das ist das, was wir im alltäglichen Leben sowieso machen, wenn wir an einer Person erstmal nur diese eine Sache gut finden. Weil wir entdecken ja auch Schritt für Schritt an der Person Sachen. Und vor allem, das schärft ja auch deine Wahrnehmung dazu. Weil wenn du mal eine hübsche Frau siehst, was heißt mal, die laufen ja überall rum, die sind ja überall. Also du siehst eine von diesen hübschen Frauen. Und dann ist es eine besondere Art der Wahrnehmung, und Wahrnehmung ist gut, wir können das alle viel, viel mehr schärfen, unsere Wahrnehmung, dass du sagst, ich habe dich gerade gesehen und ich finde deine Sommersprossen, die sind super süß. Oder was auch immer, was dir auch immer gerade an dir auffällt. Statt einfach nur zu sagen, du bist schön. Ja okay, aber warum? Was genau ist es? Weil, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Andi, das könnte ja auch einfach nur ein Spruch sein. Oder dieser Mann ist anscheinend so überwältigt von, da kommt jetzt mal ein bisschen Emotion in ihm hoch, dass er gar nicht weiß, wie er sie ausdrücken soll. Daher, wenn du deine Wahrnehmung schärfst für diese eine Sache, damit machst du ihr ein wertvolleres Kompliment, und du stärkst deine eigene Wahrnehmung. Und wirst sehen, wie sie genau das, was du als Kompliment gegeben hast, mehr und mehr dazu einsetzt, um dich zu verführen. Es macht auch einen Riesenunterschied, ob du der Mann bist, der seine Gefühle früh genug zeigt, oder ob der Mann bist, der zu lange wartet, um seine Gefühle zu zeigen. Denn was passiert ist, wenn wir unsere Gefühle nicht zeigen? Das ist in jeder Situation so. Das ist in Partnerschaft so, das ist beim Dating so, das ist auf der Arbeit so, das ist in Familienkonstellationen so. Also, wenn wir zu lange warten, um unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle zu zeigen, dann staunen die sich an, und dann äußern sie sich irgendwann auf eine ungesunde Weise. Ich habe jetzt nichts gesagt, was irgendwie schockierend ist. Da würdest du sagen, ja, klar, stimmt. So, dasselbe ist auch beim Dating der Fall. Wenn du deine Gefühle nicht von Anfang an auf eine gesunde Weise zeigst, dann staunen die sich an, und dann kommt irgendwann das Bedürfnis, oh Mann, so, ich habe das Gefühl, jetzt läuft das Ganze ins Nichts, und wir werden nur Freunde, und ja, ich muss jetzt irgendwann mal ein klares Schiff schaffen. Und die Situation ist dann vielleicht schon, ihr kennt euch seit sechs Monaten, neun Monaten, mehreren Jahren. Also bei uns im Kundenstamm, da hatten wir mehrere Männer, die hatten Frauen in ihrem Freundeskreis mittlerweile, an denen sie seit drei Jahren interessiert waren, wo sie ganz am Anfang mal auf zwei, drei Dates waren, und dann, tja, ist nichts draus geworden, aber diese Männer machen sich immer noch Hoffnung. Aber diese Frauen, die haben schon andere Beziehungen gehabt mit anderen Männern, und die Männer machen sich ständig immer weiter Hoffnung, und sind, ja, Friendzone, wie soll ich da entkommen? Und dann irgendwann sagen sie, ich möchte ihr jetzt mal wissen, woran ich bin. Und dann wollen sie mit ihr reden, und alles aussprechen, und ich bin da nicht anders gewesen. Der Unterschied bei mir ist, ich habe diese Lektion, weil ich einfach die Schnauze voll hatte, das immer wieder zu hören, immer wieder zu hören, dass Frauen nur mit mir befreundet sein wollen, habe ich diese Lektion dann immer schneller gelernt, immer schneller gelernt. Ich habe dann immer früher Frauen gesagt, dass ich in sie verliebt war, und dann habe ich irgendwann gemerkt, das kann doch nicht der Weg sein, wenn ich abwarte, einer Frau zu sagen, dass ich in sie verliebt bin, oder wenn ich es ihr sehr früh sage, dass ich in sie verliebt bin. Beides funktioniert nicht. Was ist denn das, was ich hier die ganze Zeit verpasse? So, und das ist, was wir dir heute mitgeben wollen, denn es ist nicht, dass du abwartest, um dann irgendwann ein klärendes Gespräch zu haben, wenn der Zug schon längst abgefahren ist, sondern es ist, dass du von Anfang an, wirklich von der ersten Sekunde an, zeigst, dass du ein Mann bist, der weiß, was er will, und dass er sich nicht schämt, das auszusprechen, wenn er etwas mag. Und die Tatsache, dass du es aussprichst, macht dich unabhängig. Der Knackpunkt, mein Lieber, der Knackpunkt, der ist nicht so schwierig, wie du denkst. Der Knackpunkt ist allerdings diese Unabhängigkeit. Denn du denkst, ja, wie soll ich denn bei dieser Frau direkt schon zeigen, dass ich sie mag? Oh Gott, das ist sehr viel verlangt. Irgendwie muss man sich ja erstmal beschnuppern, Freundschaft schließen, man muss sich ja erstmal kennenlernen, und dann geht es weiter. Nein, so funktioniert es nicht. So hat es in der Vergangenheit nicht funktioniert bei dir, oder? Ja doch, aber bei meinem einen Kumpel war das einmal so, und bei mir war das bei meiner einen Ex auch so. Schön, es gibt Anekdoten, aber wir machen das seit über zehn Jahren beruflich. Wir sind Experten in diesem Flirten. Wir wissen, dass es nicht so funktioniert, dass das Ausnahmen sind. Und selbst bei diesen Ausnahmen, wette ich mit dir, gab es Situationen, wo von Anfang an schon irgendwie Interesse signalisiert wurde. Ist dem Mann vielleicht nicht aufgefallen, aber hat er gemacht und hat sie gemacht. So, das kann ja auch schon, das kann ja auch ein längerer Blickkontakt sein mit einem flirtigen Lächeln. So, es gibt viele Arten zu flirten, das Ganze ist ja nicht nur durch das Verbale. Aber mein Lieber, das muss von der ersten Sekunde an schon sein. Und der Knackpunkt ist, dass du die Bedürfnisse, die du hast, nicht auf sie alleinig projizierst. Es ist der Unterschied, ob du der Mann bist, der grundsätzlich Frauen mag, die zum Beispiel sich Mühe geben beim Antworten, die detailliert auf Fragen antworten, das war ein Beispiel, das ich am Anfang gegeben habe, oder Frauen, die Sommersprossen haben. Wenn du das magst, grundsätzlich, dann solltest du das auch ansprechen, immer wenn du es siehst. Sei es bei einer Frau, an der du Interesse hast, oder an einer Frau, an der du kein Interesse hast. Du solltest es auch ansprechen bei einem Mann, oder bei einer älteren Frau. Es ist völlig egal. Das ist ja der Unterschied zwischen diesem Bild von Flirten, was viele Männer haben, dass man flirtet, nur wenn man sexuelles Interesse hat, und man sollte auf gar keinen Fall mit Vergebenen flirten, oder man sollte, so, warum sollte ich mit einer Frau flirten, an der ich kein Interesse habe, oder an der alten Frau an der Kasse, warum sollte ich da flirten, und das macht doch keinen Sinn, ich habe kein Interesse an ihr. Ja, mein Lieber, deswegen funktioniert es auch nicht bei dir und den Frauen. Deswegen hast du ab und zu mal Glück, alle zwei Jahre. Aber für die Männer, die verstanden haben, dass Flirten leichtherzig, spaßmachend, überall passieren kann, und bedeutet, dass du nichts von der Frau brauchst, die haben auch mehr Erfolg bei Frauen. Die können mit der älteren Dame an der Kasse flirten, und sagen, sie haben ja schöne Sommersprossen, ich mag das. Er kann auch mit einer vergebenen Frau flirten, nicht indem er in ihre Höschen will, sondern indem er ihr einfach zum Beispiel sowas sagt, wie du gibst ihr echt Mühe bei deinen Antworten, sehr detailliert, ich mag das. 100% kannst du das sagen. Du kannst ihr auch ein Kompliment geben für ihr Aussehen. Es ist der Unterschied, ob du wirklich sie verleiten willst, fremd zu gehen, oder deinen Kumpel hinterrücks irgendwie betrügen willst, oder ob du es halt nicht machen willst. Das ist der Unterschied, ob du moralisch verwerflich bist oder nicht. Es ist nicht, was du sagst, es ist, wie es gemeint ist. Und wenn du der Typ bist, der immer, wir reden hier von einer Langzeitperspektive, wenn du bekannt bist als der Mann, der einfach seine Meinung sagt, auf eine charmante Weise, dann wird dir das auch keiner, keiner wird da quer kommen, keiner wird sagen, boah, was soll das, was du das gesagt hast, weil die sagen dann alle, ah ja, das ist halt der Andi, das ist halt der Dominik, der ist halt flirty. Aber die werden niemals denken, dass du wirklich jetzt ihm die Frau ausspannen wirst. Werden sie nicht denken, weil du ja auch gut mit Frauen bist und weil du Auswahl hast, wirst du das niemals tun bei deinem Kumpel. So, und das ist der Unterschied, wir reden hier immer von einer langfristigen Perspektive. Du redest wahrscheinlich immer von einer kurzfristigen Perspektive. Da ist die eine Frau, wie kann ich sie von mir überzeugen? Und wenn ich es jetzt verkacke, mache ich hier einen Fehler und wenn sie mir einen Korb gibt, dann bedeutet das, dass alle Frauen für alle Zeiten immer mir einen Korb geben werden und ich kann das nicht ertragen, deswegen traue ich mich gar nicht erst, ihr mein Interesse zu zeigen. Ich kann den Schmerz nicht ertragen, dass ich von Frauen nicht geliebt werde. Wow. Also da hast du dir so viel Nonsens im Kopf zusammengeschustert, was einfach nicht der Realität entspricht. Es geht gerade nicht darum, dass alle Frauen der Welt für alle Zeiten, die ein Urteil aussprechen werden, dass sie dann kein Interesse an dir haben. Es geht gerade nur darum, dass du grundsätzlich an einer weiteren Instanz beweist, dass du ein Mann bist, der seine Bedürfnisse ausspricht. That's it. Ob sie das mag, ob sie das nicht mag, ob sie es erwidert, ob sie es nicht erwidert, ob sie vergeben ist, ob sie jung ist, ob sie alt ist, alles egal. Denn wenn du der Mann bist, der das regelmäßig macht, dann hat er auch kein Problem damit, bei einer Frau das zu machen, wo er Interesse hat. Und das ist der Unterschied. Dann bist du der Mann, der dem Prozess vertraut, der nicht einfach nur sagt, Andi, ich will einen Tipp, um die eine Frau rumzukriegen, sondern so wirst du zu dem. Und wir sagen immer, versuche nicht herauszufinden, wie du das schaffst, sondern versuche herauszufinden, welcher Mann du werden musst. Denn wenn du dieser Mann bist, dann hast du kein Problem bei dieser Frau. Denn dann hast du kein Problem grundsätzlich bei Frauen. Und dann kannst du es auch bei Frauen, an denen dir was liegt, genauso wie bei den Frauen, wo dir nichts dran liegt. Und Frauen werden sich in deiner Nähe wohler fühlen, sie fühlen sich geschätzt, sie fühlen sich sicher bei dir, eben weil sie wissen, er wird nicht, wie die meisten Kerle, notgeil versuchen, bei jeder Chance direkt in mein Höschen zu springen. So jemand ist er nicht. Er hat Auswahl. Und das ist sexy. Sexy für alle. Grundsätzliche Komplimente geben, von Anfang an. Und ich finde es sehr hilfreich, dieses Kompliment dann eben für Männer, die das noch nicht so gewohnt sind, eben so zu formulieren, dass du nicht ihr spezifisch das Kompliment gibst und alle deine Eier in den Korb legst, sondern indem du einfach sagst, ich mag das an Frauen. Ich mag es, wenn Frauen ... Oh, du machst das und das. Ich mag das. Das zeigt, grundsätzlich magst du das. Und wir müssen wirklich davor bewahren, dass du diesen Fehler machst, weil die Chancen sind, wir sprechen mit dir in der Flirt- und Charisma-Analyse und dann sagst du, okay, also ja, ich wollte mir hier ein paar Tipps abholen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher und du vertraust irgendetwas noch nicht. Du vertraust vielleicht dem Prozess noch nicht. Du vertraust dir selber nicht, dass du das nicht schaffst. Du glaubst irgendwie, dass du dann einknicken wirst. Oder du vertraust uns nicht, aber wenn du uns nicht vertraust, dann wärst du wahrscheinlich nicht hier. Und aufgrund dessen, dass du irgendeiner Quelle nicht, oder du vertraust der Frau nicht, du glaubst, dass sie dich verletzen wird, wenn du ihr die Wahrheit sagst, irgendjemandem irgendwo fehlt das Vertrauen. Und weil das Vertrauen fehlt an irgendeiner Stelle, tust du es nicht. Weil wir brauchen dieses Gefühl von Sicherheit. Wir sind Menschen, die nicht einfach nur nonstop im Gefahrenbereich rumlaufen wollen. Auch ich nicht. Ich will nicht die ganze Zeit das Risiko haben, eins in die Fresse geschlagen zu bekommen. Natürlich nicht. Es ist eine Frage der Perspektive. Jedoch, läufst du herum und siehst du überall potenzielle Gefahren, dass jede einzelne Frau dir einen Korb geben könnte und dann bricht deine Welt zusammen? Oder siehst du überall Möglichkeiten, zu dir selber zu stehen, um noch mehr das Gefühl zu haben, dass du abends, wenn du in den Spiegel blickst, stolz auf dich sein kannst? Das ist nämlich, worauf ich achte. Ich schaue die ganze Zeit nach Möglichkeiten, der Mann zu sein, der ich sein will. Und dann sage ich natürlich auch der Frau, dass sie ein tolles Lächeln hat. Selbst wenn ich überhaupt nicht auf sie stehe. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Das mache ich, wenn ich gerade einen Kaffee mir hole oder irgendwas. Und dann sage ich ihr das und dann drehe ich mich um und sie lächelt auch. Dankeschön. Und dann gehe ich. Und es fühlt sich gut an für mich. Warum fühlt es sich gut an? Aus tausend Gründen. Das kannst du nachvollziehen, weil sie lächelt und weil ich mir damit bewiesen habe, dass ich unabhängig bin, dass ich nichts für die gebraucht habe und dass ich ein Geber bin. Das, mein Lieber, wenn du dem Prozess folgst, dann wird sich das auch äußern bei der Frau, wo du Interesse hast. Brauchst du nicht irgendwann später das klärende Gespräch führen, weil das hast du verhindert, bevor es überhaupt entstanden ist. Genau. Einfach, weil du generell sozial bist, weil du einfach mit jedem Menschen flirtest. Also wir wiederholen das, glaube ich, in jeder Folge. Und ich glaube, wir beide können das gar nicht oft genug, fett genug unterstreichen und mit grünem Textmarker markieren. Das ist so wichtig, dass du sozial bist, dass du mit Menschen generell flirtest, die Flirtelemente anwendest. Also nicht umsonst, haben wir die einfach mal, haben wir uns hingesetzt und die einfach mal komplett runterdestilliert und haben dir eine Handvoll Flirtelemente gegeben, die wir dir in den ersten Wochen der Flirtmasterclass mitgeben, damit du Hand und Fuß hast, damit du, also Hand und Fuß, Hand und Fuß weißt, dass es funktioniert, damit du das am eigenen Leib erfährst, dass es funktioniert. Am ersten Tag schon probierst du ein Flirtelement aus und siehst, oh, die hat ja ganz anders reagiert. So ein langes Gespräch, wo viele lachen, hatte ich noch nie. Ständig kriegen wir diese Feedbacks. Und das ist... Arbeitskollegen reagieren völlig anders auf mich plötzlich. Das ist ja Magie. Ja. Ja. Es ist... Es ist einfach so einfach, genau. Es liegt an dir. Es ist so einfach, du machst es so, du startest, du hast Spaß daran, du bist in der Leichtherzigkeit, du bist sozial. Menschen haben Spaß, mit dir zu sprechen. Du fühlst dich anders und da strahlst du aus. Das ist halt so ein selbstfütterndes System, also ein besseres, selbstfütterndes System, was dir mehr Energie gibt am Ende des Tages oder nach der Interaktion als dieses selbstfütternde System von Depression und Zweifel, mit dem du wahrscheinlich die letzten 10, 20 Jahre unterwegs bist, wo du die ganze Zeit denkst, oh, die Frau steht nicht auf mich, weil du die ganze Zeit etwas brauchst von außen. Aber wenn du herausfindest, dass du geben kannst, weil jeder, also wenn du schon so denkst, ich brauche etwas von außen, um glücklich zu sein, ich brauche etwas von außen, um die Erlaubnis zu bekommen, sozial zu sein und dass jeder denkt, dann sind wir in einer Welt, die halt nicht mehr miteinander spricht oder wie Gandhi auch schon gesagt hat, Auge um Auge resultiert in eine Welt voller Blinden. Und halt das Übertragen, so wenn halt jeder jeder stumm ist und jeder darauf wartet, dass der andere den ersten Schritt macht, macht halt niemand den ersten Schritt. Wenn jeder darauf wartet, dass der andere sozial ist und ihn einlädt dazu, irgendwie was auch immer sozial zu sein, dann wird niemand miteinander sprechen. Und jetzt bist du aber derjenige, der sozial ist, flirtet, das heißt die Person, egal wer es ist, Jung, Alt, Mann, Frau, besser hinterlässt, als du sie vorgefunden hast. Einfach mit mehr Spaß. Egal, ob es jetzt eine Kassiererin ist oder jemand auf der Straße, an der Bushaltestelle, was auch immer. Und du machst da keinen Unterschied. Du fühlst dich gut, die Person fühlt sich gut und ihr beide habt, also du bist erstmal dafür verantwortlich, dass die Person einen besseren Tag hat und vor allem, du strahlst das mehr aus und weil du halt gar keinen Unterschied mehr machst, zwischen irgendwie magst du die Person oder findest du die Person attraktiv oder nicht, bist du die ganze Zeit sozial und es wird dir nicht mehr auffallen, dass du plötzlich ein Date hast, weil du plötzlich Dates haben wirst. Du hattest vorher keine, oftmals bist du sozial, machst keinen Unterschied mehr, irgendwie ich darf nur flirten, wenn ich die Person attraktiv finde. Ja okay, dann hast du es halt nicht geübt und dann bist du halt so gestresst, als ob man dich halt in der siebten Klasse in die Theater-AG auf die Bühne geschmissen hat und gesagt hat, hier du bist jetzt die Hauptrolle, herzlichen Glückwunsch, du hast aber das Skript nicht gelernt, du weißt nicht, was du sagen sollst, bist halt auf der Bühne, weißt nicht, was du tun sollst, performst etwas, spielst eine Rolle, die du nicht bist, so stattdessen zeigen wir dir ab Tag 1 schon, wie du flirtest mit jedem, du wirst merken, wie du andere Resultate hast, wie Menschen anders auf dich reagieren und plötzlich wirst du Dates haben, plötzlich werden Frauen ganz anders auf dich reagieren. Ist so. Es ist ja nicht so, als ob du irgendwas bekommen hast, was da nicht schon wäre. Es steckt ja in dir. Du hast ja die Fähigkeit, den Mund aufzumachen, Worte zu sagen und du hast auch die Fähigkeit, den Mund zuzumachen und zu schweigen. Damit hast du schon die Fähigkeit für 50% von dem, was ein Flirt ist. Nämlich 10-Sekunden-Regel, ich rede nämlich nicht die ganze Zeit nonstop, wenn ich mit deiner Frau spreche, sondern ich gebe kurze Impulse und dann halte ich Vakuum. Danach wird Augenkontakt gehalten und geschwiegen und darauf gewartet, dass was von ihr oder von dem gegenüber kommt, egal ob es ein Mann oder Frau ist. Wir sagen etwas und lassen es einfach mal im Raum stehen, ohne dass wir immer den Raum füllen müssen mit irgendeinem Blabla. Das ist schon Flirten. Damit weißt du schon mal, was ein Teil vom Flirten ist. Die anderen Flirtelemente, verrückte Fantasie und Regeln, weiß auch so, assoziieren und, 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 übertriebene Bitte. Das sind Sachen, die wir dir natürlich beibringen können, aber mein Freund, wenn du jetzt sagst, ja cool, aber gib mir doch diese Sachen hier alle auf YouTube einfach, jetzt zählt sie doch alle auf hier in dieser Podcast-Folge. Das haben wir doch schon längst gemacht. Dude, das ist die 130. Podcast-Folge. Den Podcast gibt es seit über zwei Jahren. Die YouTube-Videos gibt es seit, glaube ich, seit acht Jahren oder so. Es gibt unzählige Videos auf unserem Kanal, wo du jedes Flirtelement schon hattest mit Beispielen, richtig konkrete Beispiele. Also die, die, die ersten, was war es, von 2019 bis 2023, 2022, da habe ich, oder 2018 bis 2022, vier Jahre lang bei jedes Video, das ich rausgehauen habe, das sind diese kurzen, fünf Minuten Videos, bei jedes Video eines, wo du konkrete, einen konkreten Satz sogar drin gehabt hast oder mehrere, die du so nachsprechen kannst. Konkrete Flirtsätze. Da kannst du dich alle durchforsten. Aber es gibt viele Männer, die haben das gemacht und haben es halt einfach auf eigene Faust probiert und haben dann trotzdem keinen Erfolg gehabt. Warum? Liegt es daran, dass du irgendwas von uns gebraucht hast, irgendwelche Sätze, damit es endlich klappt? Nee. Es liegt nach wie vor daran, dass du dir noch nicht zutraust, dass es funktionieren kann. Dass du dir noch nicht zutraust, dass du genug bist. Dass du noch nicht dran glaubst, dass eine Frau dich lieben könnte oder dass die Frau, an der du so sehr Interesse hast, tatsächlich dich lieben könnte. Es sind die Zweifel, die wir alle haben und die werden nicht mit irgendeinem Spruch wegtrainiert. Die werden wegtrainiert, indem du echte Resultate in der echten Welt siehst, indem du Stück für Stück realisierst an harten Fakten, guck mal, die Frau hat Interesse an mir, schau mal, Leute begrüßen mich, guck mal, die Kollegen wollen jetzt mit mir abhängen. Guck mal, die eine Arbeitskollegin ist mir im Fahrstuhl um den Hals gesprungen, hat mich abgeknutscht. Das ist dem David bei uns passiert. Indem du solche Erfahrungen machst, lernst du Stück für Stück, okay krass, also jetzt lässt sich es einfach nicht mehr verleugnen, anscheinend bin ich attraktiv. So, ist meine neue Realität, wusste ich früher nicht, aber anscheinend bin ich jetzt attraktiv. Und das musst du lernen dürfen, an echten Erfahrungen, Step by Step. Und das ist, warum Männer bei uns im Coaching halt so abgehen und uns auch so abfeiern und dann auch länger bei uns bleiben wollen und immer den nächsten Level auch erreichen wollen für sich selber, dass sie dann in einer Beziehung sein wollen, dass sie dann heiraten wollen oder eben nicht oder dass sie eben Kinder haben wollen, dass sie Bachelor sein wollen und in ihren freien, neuen Fähigkeiten ganz viele Frauen daten dürfen. Das sind Möglichkeiten, die du dir erschaffen kannst, wenn du moralisch, ehrlich und emotional frei bist. Und mehr tun wir nicht in unserem Job. Das ist, was du auch in der Flirt-Type- und Charisma-Analyse von uns bekommst in dem Leitfaden, wenn wir uns einmal genau deinen Flirt-Typ anschauen und uns mal ganz genau angucken, was ist dein Charisma-Potenzial, was kannst du schon, wo wirkst du jetzt schon attraktiv auf Frauen, was du gar nicht weißt, wo du jetzt schon punktest, damit wir das wirklich aus dir herausholen und dir diesen Leitfaden geben, wie du das in den nächsten Monaten Stück für Stück aus dir herausholst und zu dem Mann wirst, der diese Frau sowieso, nebenbei schon, anzieht. So diese Frau schon, sowieso. Wenn dieser Mann den Raum betritt, gar nicht anders kann, als ihre Augen auf ihn zu lenken. Das ist der Mann, den wir aus dir machen möchten. Und das ist der Mann, den du schon in dir hast, aber den du noch zurückhältst. Oh Mann, ich darf nicht gesehen werden, es wird peinlich. Es ist für uns alle sicherer, wenn wir nicht wahrgenommen werden, wenn wir im Hintergrund bleiben können. Aber im Hintergrund zu bleiben, ist nun mal einfach dieses Verstarren, was wir jetzt schon haben. da bewegt sich nichts vorwärts. Damit sich was verändert, dürfen wir Stück für Stück dürfen wir was probieren. Neue Sachen wagen, Experimente. Und wenn wir das alles machen, mit der Prämisse, dass wir es nicht tun, um die Frau von uns zu überzeugen, sondern um uns zu verbessern, über einen längeren Zeitraum hinweg, dass wir Stück für Stück lernen möchten, wie wir freier, wertschätzender, liebevoller, verführerischer sind, dann sehen wir jeden Erfolg und jede peinliche in Anführungsstrichen Situation als eine weitere Erfahrung, ein Puzzleteil, was zu dem Riesenmosaik dazugehört, was wir sammeln mussten, wie Pokémon. Du musst sie alle sammeln, der Pokédex muss gefüllt werden. Du musst sie erstmal alle sammeln, erst dann ist der Pokédex gefüllt, erst dann bist du ein Pokémon-Meister. Und das bedeutet, dass du nicht tausend Frauen verführen musst, sondern du musst tausend und eine Erfahrung sammeln. Tolle Erfahrung? Nur die Original-150 Frauen. Ja, ja, die Original-150, die danach, wie waren die beiden Welten? Kento und Edo? Ich habe ja damals gelb gespielt, das war ja nach blau-rot und danach kam Gold-Silber. Anyway, ja, lang ist her. So, und diese verschiedenen Erfahrungen, die kommen dann irgendwann zusammen, wenn du zum dritten Mal in einer Situation bist, wo du einer Frau gerade eine Frage stellst, eine konkrete Frage und sie weiß nicht, wie sie darauf antworten soll und schaut dann nach schräg rechts. Beim ersten Mal warst du noch nervös, dann hast du gedacht, okay, was mache ich jetzt, ich mache einfach gar nichts, mal gucken, ob sie darauf antwortet. Beim zweiten Mal hilfst du ihr vielleicht und stellst dann eine andere Frage und dann schaut sie immer noch weg und ist so nervös und antwortet irgendwie anders. Okay, beim vierten Mal weißt du schon mal, dass du die Frage vielleicht anders formulieren sollst und wenn sie dann trotzdem nervös ist, dann sagst du ihr, keine Sorge, du musst nicht antworten, wenn du nicht willst. Also ich war einfach interessiert, aber vollkommen okay. Ich weiß, es ist ein bisschen persönlich. Und dann sagt sie, ja, ich weiß, ja, also nee, ist schon okay, kann ich schon beantworten, aber mit jedem Mal wirst du schlauer und schlauer und schlauer und was wir dir geben im Coaching ist nicht für jede Situation den perfekten Cocktail an Sprüchen, sondern wir bereiten dich so vor, dass du für dich schon dich selbstbewusst in diesen Situationen fühlst, während du deine eigene Reise gehst und zu dem Mann wirst, der in dir steckt. Zu dem Max 10.0, zu dem Jita 10.0, zu dem Stefan 10.0, zu dem Sebastian 10.0. Die Situationen, die sind alle schon überall in Fülle um dich herum und es liegt nur noch daran, dass du sie prozessorientiert angehst. Schnapp sie dir alle. Und wenn du dann noch einen Leitfaden hast an Flirt-Elementen und an Flirt-Regeln, dem du folgen kannst, ja, das ist die gewinnbringende Kombination. Und dann hast du auch noch Coaches in deiner Hosentasche, mit denen du jeden Tag reden kannst, wo du dein Feedback detailliert auf alle deine Alltagssituationen bekommst. Ja, meine Güte, da kann wirklich gar nichts schiefgehen. Wenn du mit jemandem wie dem Dominik sprichst, der ein absoluter Koryphäe auf seinem Bereich ist, des Selbstbewusstseins, nachhaltig zu stärken, nachhaltig, nicht einfach nur, ja, hier ist mal kurzer Boost, sondern nachhaltig, dass du für dich über die nächsten 10, 20 Jahre, für den Rest deines Lebens, bleibt das dann in dir. Du weißt, wie viel du wert bist. Dein Selbstwert ist gesteigert. Weißt du, das ist der Grund, wieso Männer uns vertrauen. Wieso sie immer wieder sagen, ey, ich war ja auch bei anderen Coaches, die wir jetzt nicht nennen sollen, aber bei euch ist das was ganz anderes. Es ist ganz anders, viel intensiver und deswegen kannst du dir ja auch die tausend Bewertungen durchlesen, die wir mittlerweile gesammelt haben, weil die Männer wissen einfach, was sie bei uns bekommen. Das ist Qualität und das ist sehr, 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 sehr persönlich, aber auch sehr, 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 sehr intensiv. Wenn du bereit bist, wirklich mal an dir zu arbeiten und zu sagen, ey, es liegt nicht nur an den Frauen, es liegt auch einfach daran, dass ich mich nicht getraut habe und ich darf jetzt mal mehr Energie da reinstecken. So, es ist wert. Ich will das in ein paar Monaten, will ich das schaffen, dass ich eine Partnerin habe, dass ich mich wenigstens so selbstbewusst fühle, dass ich eine Partnerin anziehen kann und auch mit Frauen Erfahrungen gesammelt habe und noch mehr Erfahrungen sammeln werde. Intimität, Sex, das sind alles Sachen, die da als natürliches Beiprodukt passieren dürfen. Das ist nicht das Ziel, das sind die natürlichen Beiprodukte. Dann können wir dir dabei helfen. Dann gehst du einfach auf www.flirtanalyse.de und holst dir dort deine kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Wir haben ja grundlegend jetzt auch hier gestartet, diese Folge mit der Prämisse, dass viele Männer nicht so richtig verstehen, was Gefühle zeigen eigentlich ist. Wie sie richtig, wann sie richtig Gefühle zeigen. Wir haben einerseits die Männer, die halt so, ich beschreibe das immer ganz gerne so, wir haben das eine Extrem von Männern auf der, ja, auf der einen Seite hier, wenn du das auf YouTube schaust, hinter mir siehst du so ein Dreieck, auf der O, das O steht für Opfer, das T steht für Täter. 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 Das heißt ja auch Käse, nicht Käse. Also die Opferseite ist halt so die Jammer-Seite, die Jammerer-Seite. Das ist alles so, es ist alles so, so schwer, ähm, es ist alles so, so, ähm, schrecklich und es ist, äh, alles ist vergebens. So, wenn ich jetzt irgendwie der, der Frau meine, meine Gefühle zeige, dann, dann muss das in irgendeiner Hollywood-Art und Weise sein, wo ich ihr auf dem Flughafen hinterher renne und ihr meine Liebe gestehe. So, weil so viel Emotion, wie wir es einfach schon gesagt haben, so viele Emotionen in mir aufgestaut sind, die ich runtergedrückt habe, runtergedrückt habe, dass sie, ähm, dass ich schwach genug bin oder nicht mehr stark genug, ähm, dass ich sie jetzt rauslassen muss, weil sonst machen sie was in meinem Körper. Also ich muss es jetzt rauslassen und ihr diesen ganzen Ballast, den ich schon die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe, den muss ich ihr jetzt geben. So, das ist so diese, die Opferhaltung auf der, auf dem, auf dem Dreierkintergang. Also das, das H steht zum Beispiel für, äh, nicht zum Beispiel, das Jahr, das H steht für, für Held, das ist der, das ist diejenige Person, die das Level von Leid hier unten transzendiert. Das heißt, die ist nicht mehr auf der, auf der, auf der, auf der Grundebene der Unsicherheit. So, aber da habe ich, glaube ich, mal in einer anderen Folge intensiver darüber gesprochen. So, aber, ähm, es gibt halt diese, diese, diese Jammerer-Haltung davon, so die Liebe gestehen, also erst mal, als ob es halt irgendetwas dazu zu gestehen gäbe, als ob das etwas Schlimmes wäre, dass du jemanden liebst oder in jemanden verliebt bist. So, es ist halt, als ob es eine Beichte wäre, als ob du das nicht darfst. Und, aber weil halt diese Sprache dahinter oder auch die Wortwahl, das, das Vokabular dahinter, schon so ist, wie es ist, nimmst du halt das Verliebtsein als enorme Schuld auf dich. Ich muss dir das gestehen. Ich muss dir meine Liebe gestehen. Ich bin schuldig der Liebe. Ich bin schuldig, etwas zu tun, was ich nicht tun sollte. Und das ist diese, ähm, ja, die, einerseits halt Männer, die halt der Seite des Spektrums sind und auf dem anderen, der anderen Seite, auf der, auf der Täterseite des Spektrums, ähm, ist es dann derjenige, der seine Gefühle so unterdrückt, dass er sagt irgendwie, ähm, keine Ahnung, er hat Interesse an einer Frau und dann schreiben die und dann, dann kommt zum Beispiel zurück irgendwie, du war ja ganz nett, dass du mich angesprochen hast, aber ich muss ehrlich sagen, ich hab nicht so Interesse gerade, jemanden kennenzulernen. Ob das erstmal gerade stimmt oder ob das gerade erstmal nur irgendwie eine, ähm, ja, eine nette, eine nette Absage ist, damit, damit du es nicht persönlich nimmst, sei erstmal dahingestellt. Aber, was halt viele Männer machen, die auf der Täterseite da sind, also da halt ihre Gefühle halt so, so sehr unterdrücken, dass sie gar nicht wahrnehmen wollen, ähm, die sagen dann, wenn halt so eine Ablehnung der Frau kommt, sowas wie, ja gut, ja, macht ja nix, ist ja okay, passt ja, oder war ja klar. also auf der einen Seite halt dieses, es tut mir gar nichts und auf der anderen Seite, ähm, so sehr, es tut mir nichts, dass es halt schon so klar war. Es tut mir nicht weh, dass es halt schon so klar war. Warum sollte es mir jetzt noch wehtun, weil es ja klar war, weil Frauen mich generell ablehnen. Das heißt, diese Art und Weise, ähm, Gefühle zu zeigen, kommt, kommt halt oftmals auf der einen Seite als, ähm, als Expression, so, wir halten es nicht mehr aus, wir müssen es ausdrücken, und auf der anderen Seite noch mehr runterdrücken. Also Expression und Repression. Und wenn du dir die Folge, die Spezialfolge, Selbstbewusstsein Spezialfolge, angeschaut hast, über Loslassen, dann werden vielleicht die ein oder anderen Aha-Glocken klingen. Denn, ähm, das sind beides Situationen oder beides Art und Weise, seine Gefühle, ähm, mit seinen Gefühlen nicht umzugehen oder so umzugehen, dass sie, dass sie dir selber wieder in den Arsch treten. Ähm, also erstmal das Ausdrücken oder das Runterdrücken, dass du halt überhaupt nicht mehr weißt, was, was richtig ist. Weil, dann bist du so in, in so einem Limbo, in so einem Chaos, dass du dann sehr empfänglich für solche, solche Meldungen, Meldungen oder Nachrichten bist von, ähm, ja, du musst einer Frau auf jeden Fall ihre Liebe, äh, deine Liebe gestehen oder du musst einer Frau auf jeden Fall, äh, du darfst einer Frau auf gar keinen Fall zeigen, dass du sie magst. Also halt so die komplette Coolness, die Pseudo-Coolness oder halt der, der komplette weiche Kerl, um es mal so auszudrücken. Das heißt, du weißt gar nicht, du hast so viele gemischte Signale, gemischte Nachrichten, die du ständig bekommst, wenn es um das Thema Frauen kennenlernen geht, dass du gar nicht weißt, was du eigentlich tun sollst. Und, der Weg, der Weg, um das zu transzendieren, halt von, von weder Opfer noch Täter, halt in den Held hinein, um das auf ein anderes Level zu bewegen, ist halt loszulassen, dich erst mal gar nicht überhaupt damit zu identifizieren mit deinem Problem und halt irgendwie zu sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ähm, am besten, ich bin halt über cool oder am besten, ich bin halt super, super heiß, also warm, im Sinne von, ähm, ich zeige hier direkt meine Gefühle, ich gebe hier diesen ganzen Ballast mit und dann soll sie sehen, was sie damit, was sie damit macht. Was halt auch super unfair ist, weil das ist halt das, was passiert. Also, ähm, wir, wenn wir auf der, auf der Opferseite der, der Spektrum sind, und das meine ich gar nicht persönlich, das ist einfach so, in der Psychologie nennt man das so. Ähm, so, wenn wir auf der Opferseite dieses Dreieck sind, dann ist so, ähm, ich drücke, ähm, ich, ich nehme so viel, so viel Emotion in mir auf, so viel Ballast in mir auf und dann ist endlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich ihn nicht mehr tragen kann und gebe diesen schwerem Stein, diesen schwerem Ballast der Frau und jetzt soll sie ihn tragen, jetzt soll sie machen, jetzt soll sie sehen, was sie damit macht. Weil sie ist ja im Prinzip, und das ist das, was wir im Subtext damit sagen, daran schuld, dass ich diesen Ballast in mir trage. Weil wenn sie nicht wollen würde, dass ich mich so fühle bei ihr, dann hätte sie sich ja gar nicht so verhalten. Dann müsste sie ja gar nicht nett zu mir sein. Weil andere Frauen sind ja auch nicht nett zu mir, aber sie ist halt zufällig nett zu mir und deswegen, weil sie nett zu mir ist, mag ich sie auch. Also hier ist gerade eine ganze Menge, eine ganze Menge destilliert, ähm, in den letzten paar Sätzen gewesen, was viele Männer gar nicht bewusst sind, was sie durchmachen oder was sie eigentlich machen, was sie gerade mit ihrem Verhalten ausdrücken. Ähm, diese, ähm, die, 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 die Schuldumkehr, also Schuldverantwortungsumkehr, im Sinne von, die Frau ist daran schuld, dass ich an ihr interessiert bin. Nicht ich. Ich bin ja einfach nur Opfer der Umstände. Aber du hast doch die Verantwortung darüber, ähm, was du halt damit machst. Wir haben dir am Anfang der Folge direkt eine stichhaltige Hinweise oder, wie sagt man, ähm, einen, einen, einen konkreten Tipp gegeben, genau, ein konkretes Beispiel gegeben, wie du ein Kompliment anwenden kannst und vor allem auch auf der, auf der Mindset-Ebene, auf der, auf der geistigen Einstellungsebene, warum du deine, dein Bewusstsein damit schärfen darfst. Denn, wenn du das halt nicht machst, dann, also, dann bist du halt Spielball der Umstände und dann spürst du, dass irgendeine Frau irgendeinen Impuls in der auslöst und du bist einfach Spielball des Ganzen und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Soll ich jetzt ihr meine Liebe gestehen oder soll ich jetzt so cool sein, dass mich das gar nicht, dass mich das gar nicht irgendwie kratzt oder so. Und damit bist du halt trotzdem Spielball der Umstände. Du bist trotzdem auf der Grundebene zwischen O und T auf dem Spektrum der Unsicherheit. Du weißt nicht, was du tun sollst. Das ist per Definition Unsicherheit. Du weißt, du siehst Gefahr um dich herum. Du weißt nicht, was du tun sollst. Unsicherheit. Du bist nicht sicher. Das heißt, um sicher zu werden, um die Sicherheit zu bekommen, die Sicherheit findest du nicht außen, die findest du nicht in der Frau oder in der richtigen, in dem richtigen Spruch, in der richtigen Textnachricht, in dem richtigen Verhalten. Wie soll ich mich dabei verhalten? Das ist auch eine Frage, die wir ständig bekommen. Wenn eine Frau das und das schreibt, wie soll ich mich jetzt verhalten? Was ist das für eine Frage? Wie sollst du dich verhalten? Wie möchtest du dich denn verhalten? Dein höheres Selbst. Du weißt doch instinktiv eigentlich schon, was du eigentlich willst. Die Frage nach, wie soll ich mich verhalten, ist eigentlich eher die Frage, wie kriege ich sie rum, ohne dass ich jetzt irgendwie noch mehr Schmerzen erleide damit. Und solange du halt diese Brille auf hast, bist du halt in der Unsicherheit. Und das ist deine Entscheidung, zu sagen, ich will diese Unsicherheit nicht mehr spüren. Deswegen flirtanalyse.de. Wir machen das seit 10, 12, 13 Jahren. Wir wissen ganz genau, wo dein Problem ist. Wir wissen ganz genau, wo du dir selber am Bein stellst und wo du nicht hinschauen möchtest, um dein Problem zu lösen. So, um halt in die Transzendenz da zum Helden zu kommen, in die Sicherheit zu kommen, ist es so wichtig, dass du weißt, wer du bist, dass du Auswahl hast, dass du Auswahl haben kannst. Und Auswahl beginnt immer im Inneren. Du brauchst nicht 20 Frauen um dich herumstehen, um zu sagen, ja, guck mal, jetzt habe ich Auswahl. Weil das kann dir auch wegbrechen. Sicherheit im Außen ist alles eine Illusion. Es gibt nur die Sicherheit im Inneren. Sicherheit im Inneren bedeutet, du weißt, wer du bist. Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Und dann ist es halt so einfach für dich, einfach eine Frau ein Kompliment zu geben, anhand ihrer Sommersprossen, anhand ihres, was auch immer, was dir gerade an ihr auffällt. Und du weißt damit und sagst damit gleichzeitig und du spürst das in dir, dass du nicht auf ihre Reaktion angewiesen bist und gerade das macht dich so attraktiv. Also das ist die ganze, jetzt habe ich hier, glaube ich, zehn Minuten darüber gesprochen und am Ende kommen wir jetzt mit dieser Gleichung um die Ecke und wir machen 130 Folgen und jetzt komme ich mit dieser Gleichung um die Ecke. Aber das ist im Prinzip alles, was du wissen musst. Ja, es ist, oh man, Jungs, ich wünschte, ich könnte diesen Schalter umlegen für euch. Ich wünschte, ich könnte diesen Schalter umlegen, wo du nicht mehr an dir zweifelst und wo all das, was du eigentlich machen willst, du dir einfach erlaubst zu machen. Dieses Beispiel, das ist so, das kennen wir alle, was Dominik gerade gesagt hat, wenn du eine Nachricht von einer Frau bekommen hast und du hast vielleicht sie eingeladen auf ein Date und sie hat, ja, sie ist ausgewichen oder sie hat abgesagt oder sie hat gesagt, ja, da habe ich leider Besuch und du denkst dir, oh Mist, ja, mache ich jetzt nochmal einen Vorschlag oder soll sie jetzt den Vorschlag machen? Was mache ich denn jetzt? Und das Ganze ist schon zweimal passiert. Na, was, weißt du, wie soll ich mich hier verhalten? Es ist 100 Prozent, wie Dominik es gesagt hat. Es spiegelt einfach wieder, dass du, dir selber nicht erlaubst, der Mann zu sein, der du sein willst. Du fragst nach Erlaubnis, wie soll ich mich verhalten? Du fragst nach Führung, weil du dir selber nicht erlaubst, der Mann zu sein, der du sein willst. Wer ist denn der Mann, der du sein willst, wenn wir den Schalter umlegen könnten? Der wäre selbstsicher, der wäre verführerisch, könnte flirten, der wäre unabhängig, der müsste nicht einer Frau hinterherrennen, weil die Frau würde sich um ihn kümmern und wenn die sich nicht um ihn kümmert, dann zuckt er mit den Achseln, weil es gibt noch vier andere Frauen, die echtes Interesse an ihm haben. Es ist alles gut und er hat sowieso ein Leben, was ihm gefällt und er macht den Job, der ihm gefällt und er steht zu sich selber ein. Okay, wenn du dieser Mann wärst, wenn du dir einmal erlaubst, als Gedankenexperiment, dieser Mann zu sein, was würdest du dann sagen, wenn die Frau sagt so, ja, da habe ich meine Freundinnen in dieser Lockerheit, in dieser Unabhängigkeit, die dieser Mann spüren würde? Also ich persönlich, jetzt gerade, wenn ich mich da einfach in dieses Gefühl reinversetze, ich würde schreiben so, deine Freundinnen können mir aber nicht das Wasser reichen. Ich wünsche euch viel Spaß, aber keine von denen kann so gut Salsa tanzen wie ich. Also ein Salsa-Emoji zum Beispiel. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ist das jetzt der beste Spruch? No. Aber es kommt aus der richtigen Ecke meines Seins. Es kommt aus der Unabhängigkeit, es ist ein leichtherziger Flirt, es ist selbstbewusst. So verbietet ihr das nicht, dass sie ihre Freundinnen triffst. Genau. Er trifft. Genau. Und das ist, weißt du, deswegen habe ich gesagt, ich wünschte, ich könnte euch diesen Schalter umlegen, weil mir das, weil mir das so, so wichtig ist, bei den Männern, die wir halt auch betreuen, nicht, dass sie von uns irgendwelche Sprüche bekommen, sondern, dass sie es, dass sie es wirklich spüren in sich. So, ja Mann, ich bin attraktiv und ich kann das und ich kann einfach machen und scheiße auf mal die Konsequenzen. So, ich bin ein moralisch, ich bin ein Mensch, der denkt daran, dass es anderen gut geht. So, ich möchte, dass andere profitieren von meiner Existenz. Perfekt. Damit bist du schon tausendmal besser als all die Ängste, die du in deinem Kopf hast von dem Mann, der du vielleicht bist, wenn du einer Frau ein Kompliment gibst oder wenn du irgendwie sexuelles Interesse zeigst und dieses Horrorszenario, dass du ihr dann zu nahe trittst oder sowas. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Du bist, weil du möchtest, dass andere von dir profitieren, dass sie sich bei dir wohlfühlen, schon längst der Mann moralisch gesehen, der du sein willst. Darüber machst du dir bitte keine Gedanken mehr. Jetzt geht es darum, dass du auch zu dir stehst und dass du Sachen, die du möchtest, so aussprichst, dass sie sich auch so anhören, als würden sie von einem Mann kommen, der in dieser Rolle sich wohlfühlt, dass er attraktiv ist, dass er ein Geber ist, dass er die Wahl hat. Kommen auch die richtigen Sachen aus dir raus. Wie gesagt, der einzige Weg dahin ist durch Erfahrung. Wir können uns nicht da rein meditieren. Wir müssen Erfahrungen sammeln und der einzige Weg, wirklich Erfahrungen zu sammeln, ist es zu machen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das eben auf eigene Faust zu machen und das kann hart sein und du kannst auf die Schnauze fallen und es kann sich so anfühlen, als ob du auf die Schnauze gefallen bist oder du machst das in einem Kreis an Gleichgesinnten, die dir alle den Rücken stärken mit Coaches, die den Weg schon vorher gegangen sind und die dich dabei unterstützen können, weil sie ganz genau wissen, wo dort die fallen sind und die Stolper fallen und da kannst du es anders machen und folgendermaßen und du machst das in einem geschützten Rahmen und es fühlt sich gut an. Deswegen, ich kann es dir einfach nur wirklich ans Herz legen. Du musst nicht zu uns kommen. Du kannst auch einen anderen Coach nehmen. Ich habe vor ein paar Monaten mal mit einem in der Flirtipp- und Charisma-Analyse gesprochen und der war so, boah, ich mache das, ich mache das bei euch, ich mache das bei euch und danach hat er dann geschrieben, so, ja, ich habe es mir nochmal überlegt, ich wollte nochmal irgendwie mich nochmal umgucken und nochmal die anderen Coaches, es gibt ja hier viel Auswahl und dann hat er nochmal irgendwann später, wir haben gesagt, ja, kein Problem, so, mach, womit du dich wohlfühlst. Dann hat er wieder geschrieben, so, ja, wie viel kostet das doch mal bei euch und dann haben wir es nochmal gesagt und dann hat er, ja, hm, okay, ich mache das und dann am nächsten Morgen und so, ja, aber ich weiß nicht, hin und her, hin und her, ich habe ihm eine Spanerricht geschickt, mein Lieber und die ging ungefähr so. Das Wichtigste, das du jetzt machen musst, ist, dass du loslegst. Dieses hin und her und hin und her, sollte ich, sollte ich nicht, ist das Muster, das dich dein ganzes Leben lang zurückgehalten hat. Es ist wirklich egal, wo du beginnst, verkopf dich nicht so, Hauptsache du beginnst. Hol dir einen anderen Coach, wirf eine Münze, es ist literally egal, welchen Coach du nimmst, denn Hauptsache du beginnst. Ob der Coach jetzt der Beste ist oder der Schlechteste oder irgendwo dazwischen, ist nicht so wichtig. Wenigstens hast du Geld auf den Tisch gelegt, dich dadurch verpflichtet, etwas zu tun, denn wenn wir für etwas zahlen, dann sind wir immer mehr verpflichtet, es auch zu tun, als wenn wir einfach nur sagen, ja, ich mache das jetzt und dann, tja, haben wir niemanden, der uns da irgendwie dann die Ohren lang zieht, wenn wir es nicht machen. Wenn wir Geld dafür zahlen, dann haben wir auch selber den Schmerz, weil wir haben Geld gezahlt. So, und dann machen wir es auch eher. So, psychologisch, ganz klar, deswegen macht es Sinn, dass du dafür Geld zahlst. Dann zahlst du Geld, bist schon dabei und die Tipps, die dieser Mensch dir gibt, werden gut genug sein, weil sie werden dich einfach nur in die Handlung bringen und darum ist es echt nicht so wichtig, dass du dir jetzt den Kopf zerbrichst, bei welchem Coach mache ich das? Mach es bei einem anderen. Das ist vollkommen okay, aber komm aus dem Kreislauf raus von mache ich es, mache ich es nicht, mache ich hier was, mache ich da was nicht, weil das hält dich seit Jahren zurück, seit Jahrzehnten zurück und das hilft dir nicht weiter, dieses Verkopfen, dieses alles perfekt machen zu wollen, die perfekte Antwort haben zu müssen, bevor du überhaupt in die Aktion trittst. Das ist der Grund, warum du nicht auf eine Frau zugehst, weil du denkst, ich muss schon die perfekten Spruchauflage haben und was sage ich dann, wenn sie so antwortet, was mache ich dann und deswegen tust du gar nichts. Besser, du machst es, fällst aufs Gesicht, lernst dadurch, merkst, oh, ich lebe ja noch, ist ja ganz gut, du hast jemanden an deiner Seite, der dich wieder aufrichtet, der dich unterstützt, du hast andere an deiner Seite, du machst es in der Gemeinschaft, cool, so kommst du vorwärts und dieser Mann hat dann 36 Stunden später doch bei uns gebucht und ja, und jetzt hat er genau dieses Gefühl erlangt, was ich von vorhin beschrieben habe, dieses Gefühl von, boah krass, ich bin ja echt, Leute reagieren ja ganz anders auf mich, ich bin ja anscheinend doch attraktiv und er ist gerade mitten dabei auf dieser wunderschönen Reise und das ist das Ding, Alter, es ist nicht, es ist nicht das wie, wie soll ich das machen, es ist A, das warum soll ich es machen, ich will das machen, damit ich irgendwann, mein warum ist so stark, Alter, mein warum ist so stark, ich mache das, weil ich irgendwann der beste Vater, Ehemann und Partner sein möchte, der ich werden kann, ganz klar und um der beste Ehemann zu sein, muss ich wissen, wie man mit Frauen umgeht, ich muss das lernen, ich muss wissen, wie man verführt, ich muss wissen, wie man leichtherzig ist, ich muss wissen, wie Frauen denken, damit ich für sie da sein kann, damit ich sie zum Blühen bringen kann, damit ich der beste Vater sein kann, muss ich auch Frauen erobern können, muss ich auch Frauen erobern können, muss das gelernt haben, also geht es nicht darum, dass ich jetzt diese eine Frau von mir überzeuge, sondern es geht darum, dass ich diese Fertigkeit übe, dass ich das kann und das mache ich natürlich, indem ich für Frauen ein Geschenk sein möchte, indem ich sie nicht ausnutze, klar, aber wie gesagt, das seid ihr schon, macht ihr darüber keine Gedanken mehr, das ist der Grund, wenn dein Warum klar ist, dann regelt sich das wie, wenn dein Warum klar genug ist, dann gehst du zu dem einen Coach, gehst du dem anderen Coach, schaust dir das Video an, schaust dir das Video an, du machst einfach auf eigene Faust, du hast Freunde, die sind gut mit Frauen, du schaust dir was ab, du stellst Fragen, du legst dein Ego beiseite, du experimentierst, wenn das Warum klar ist, regelt sich das wie von alleine, aber die meisten von euch haben kein klares Warum, weil es sind tausend Warums im Raum, warum mache ich das? Weil ich gerne Sex haben will, warum mache ich das? Naja, ich mache es ja nicht, weil ich nicht alleine sein will, weil ich nicht alleine sein will, aber es gibt ja, das ist ja nicht die einzige Frage, warum mache ich es denn gerade nicht? Ich mache es nicht, weil ich Angst habe vor Verurteilung, ich mache es gerade nicht, weil ich keinen Fehler machen will, so, du hast tausend Begründungen, warum du es machen willst, warum du es nicht machen willst, du hast keine Klarheit dahinter und darum leg mal bitte alles beiseite, ist völlig egal, ob du zu uns kommst, in die Flirt-Tipp und Charisma-Analyse, ob du zu einem anderen Coach gehst, Hauptsache du beginnst, heute, jetzt, leg los, mach es für die Erfahrung, das ist das Mantra, ab sofort, tu es für die Erfahrung, damit du der Mann wirst, der schon in dir gesteckt hat. So, und jetzt mache ich mich unterwegs, wir haben nämlich auch noch einiges vor, mal gucken, ob wir jetzt noch eine zweite Folge aufnehmen, Dominik, denn wir haben, wir sehen uns am Wochenende auf meiner Hochzeit und diese Folge kommt raus. wirklich? Yes. Mist. Nach meiner Hochzeit. Wusste ich nicht. Du hast du den Flieger noch nicht gebucht? Ich kann am Wochenende den Sahnearzt. Ja, okay. Das ist verständlich. Die Folge kommt wahrscheinlich nach der Hochzeit raus. Wahrscheinlich ist es eine Untertreibung. Sie kommt definitiv nach der Hochzeit raus und deswegen, dann werde ich ein komplett anderer Mann sein. Komplett verändert. Nein, aber ich werde ein bisschen besser aussehen, weil ich, wie ihr seht, nach meiner Haartransplantation habe ich meine Haare einfach nur wachsen, 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 wachsen lassen und jetzt sind die ein bisschen unschön, aber am Freitag habe ich noch einen Barber-Termin und da gehe ich auch mit meinem Vater hin und dann machen die auch bei ihm mal einen schöneren Bart. Er hat jetzt zur Zeit so einen Ponytail hinten und hat gesagt, ja, was doch, passt doch. Aber ich sagte, na, das machen wir jetzt nochmal schöner und auch gut aus bei ihm und bei mir und da freue ich mich drauf. Schönes neues Kapitel. Ich freue mich, dich in Person zu sehen, Dominik, am Wochenende. Ich wünsche euch eine schöne Woche und vertraut dem Prozess, tut es für die Erfahrung und fangt einfach an, egal wie, egal wo, Hauptsache loslegen. Fahrt vorsichtig. Fahrt vorsichtig.